Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nun sind die Ninja zurück, stärker denn je Im ersten Halbjahr 2015 werden wir sie auf eine gefährliche Reise mitnehmen, um Zen zu retten Wenn die Ninja auf Meister Chains geheime volle Insel eingeladen werden, um das Turmier der Elemente zu bestreiten Müssen sie sich wieder vereinen und als Team zusammenfinden, um zu überleben Sie müssen den bösen Meister Chen aufhalten und seine mächtigen Anakon-Grei-Krieger bezwingen Um Zen aufzuspüren und Ninjago zu retten Elf spannende Lego-Sets erwecken die neue Mission zum Leben und laden zum Holzspiel ein Eine integrierte 360-Grad-Big-Bang-Kampagne fußt auf dem Mantra Nur ein Ninja sieht eine Ninja, nur ein Ninja kann Meister Chen stoppen Nur ein Ninja kann die Anakon-Grei-Krieger besiegen Im zweiten Halbjahr 2015 werden Kai, Lloyd und Co. auf ihren bis jetzt interessantesten Gegner treffen Denn wenn der grüne Ninja vom Geister Ninja Moro besessen ist, müssen unsere Helden eine alte Form des Bündchen zu lernen, um Moro und seine Geister zu besiegen Die Geschichte wird mit unseren neuen Anakon-Spielsets zum Leben erweckt Mit diesem neuen Spielerlebnis errichten die Ninja ungeahnte Höhen Es braucht Geschick und Mut für diese Herausforderung Sechs einzigartige Figuren aus der Ninjago-Welt laden zum Sammeln ein Machen Sie sich bereit für Lego Ninjago 2015 Machen Sie einen Machen Sie einen Machen Sie einen Untertitelung des ZDF, 2020